Philipp Günther, Geschäftsführer von Sony Music. Sie sitzen auf der anderen Seite, also kein Start-up mehr. Sie suchen heute jemanden, eventuell, wo Sie investieren können? Werden wir mal sehen. Auf jeden Fall freue ich mich auf einen angeregten Abend. Und natürlich ist das Ziel, hier mal wirklich Inspirationen zu bekommen, Leute zu sehen und einfach das eine oder andere interessante Projekt einzusammeln. Sie sind das erste Mal dabei? Ich bin das erste Mal dabei. Haben Sie eine bestimmte Richtung? Oder sind Sie offen für alle möglichen Bereiche und Themen? Ich bin prinzipiell offen für alle Bereiche und Themen. Natürlich bin ich hier als CEO von Sony Music. Bei uns geht es um Entertainment, bei uns geht es um Unterhaltung, Stars. Und insofern suche ich natürlich Start-ups, die irgendwo etwas damit zu tun haben. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke, Ihnen auch einen schönen Abend. Ciao.